Hallo und herzlich willkommen zurück zu Raft. Wir sind hier auf der Insel und haben gerade angefangen zu looten. Wir sind gerade erst hierher gekommen. Ich will aber mal das da rein tun. Wir haben keinen Platz. Es ist ganz ganz schlimm hier mit unserem Platzmangel gerade, weil wir haben überhaupt kein Plastik. Wir können uns keine Kisten bauen und das bisschen Plastik was ich hier habe. Das brauche ich für ja für 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 Haken. Die alte Leier mit dem Mikro. Die alte Leier mit dem Mikro. So, hier haben wir noch ein bisschen Schrott. Kriegt man das noch irgendwo hin? Ja, aber auch nur noch ein bisschen. Ach man, 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 man. Metallbaren, Seile, Nägel. Wir brauchen zwei Metallbaren. Dann machen wir es so. Dann brauchen wir zwei Seile. Dann machen wir das mal so. Dann bauen wir uns nämlich mal einen großen Grill. Und ich muss auch ganz dringend, ähm, wie viel Eisenbachern haben wir denn? Wir haben Scheibenkleister. Und mein Speer ist nur da, wo er hin soll. Hoch. Ach Gott, was habe ich jetzt gemacht? Alter Verwalter. Guck doch mal, was der gemacht hat hier. Ist denn der des Wahnsinns fette Beute? Das geht gar nicht. Ich muss unbedingt hier die Sachen, wo hier stehen, die muss ich unbedingt sichern. Ähm. Nägel brauche ich dafür, ne? Ja, gut, das ist nicht das Problem jetzt. Ähm. Mal gucken. Ich muss unbedingt. Ja, die stehen auch ganz toll, ne? Eins, zwei, drei. Die muss ich unbedingt absichern hier. Sonst beißt der uns da rein und dann haben wir keine Nägel mehr. Und dann, äh, ist der ganze Kram weg hier. So. Jetzt haben wir kein Eisen mehr. Aha. Männö. So, jetzt haben wir mal wieder ein Stück Eisen. Oh, warte mal. Das ist eine knappe Sache hier. Das ist echt eine mega knappe Sache. Ja, die Föhn ist, ne? Die steht natürlich auch wieder mitten auf irgendwas. Äh. Gut, ich muss erst mal hier Zeugs wegräumen. So. Halt. Äh, doppelt und dreifach belegen brauchen wir die Kisten hier nicht. Dann habe ich jetzt hier aber einen Platz für ein Glas. Mach du mal. So, dann werde ich noch was essen und dann werden wir uns noch mal in Fluten schmeißen. Trinken können wir auch noch mal was. So. So. Wo ist die Insel? Die ist da. Dann werden wir mal gucken, was wir hier noch abgreifen können. Und dann, ja. Ach. Der ist so allerliebst, der Hai. Okay. Hier scheint nüscht zu sein. Nö, hier ist überall nur dieses Gras. Hier ist so ein kleines Ruf. Mal gucken, was wir hier noch kriegen können. Sand. Oh, es wird dunkel. Es wird dunkel. Ne Mupfel. Nehmen wir auch noch eine mit. Was ist denn das? Hä? Haben die das Design von dem Seetang geändert? Sieht jetzt aus wie Petersilie. Auch nicht schlecht. Ist das Eisen hier? Ist das Eisen oder sind das Steine? Sieht so komisch aus. Nein, das Eisen. Sehr geil. Och, ich sehe, ich sehe so viel, Junge, wie, ne? Nämlich gar nicht hier. Ja, 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 ja. Entschuldigung. Die Ärmste. Weil hier ist aber nicht viel zum Abgreifen. Ein bisschen Kupfer. Ne, ja, gut, das macht gar nichts. Ich nehme mal hoch. Okay. Hier. Sand. Das ist okay, aber wir brauchen auch noch Ton, weil ich würde gerne noch eine zweite Furnace bauen. damit das Schmelzen schneller geht. Okay, wieder hoch. Ja, das war's, oder? Ja, das sind Steine. Hier ist ein bisschen Schrottig. Hier ist Ton, 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 Ton. Sehr geil. Da können wir nämlich noch ein paar nasse Steine oder nasse Ziegel, wie das heißt, aufsetzen. Okay. Da ist noch Kupfer. So. Aber höhlentechnisch war jetzt hier nichts, oder? Ich habe nichts gesehen. Oder irgendwo tiefer gelegen. Ich weiß es nicht. Aber das glaube ich nicht. Oh Gott. Nee. Nee, 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 nee. So, komm. Und dann werde ich noch die Bäume da abschreddern auf der Insel. Dazu muss ich jetzt erstmal gucken, wie viel Platz ich jetzt noch habe. Wie viel Platz habe ich noch? Ja, das reicht noch. Und dann machen wir uns nämlich gleich auf die Insel. Oh, ich habe dauernd das Gefühl, dass die so fürchterlich schleichen würde. Echt. Ich kann es gar nicht verstehen. Kriege ich noch einen Baum hin? Ist denn überhaupt noch ein Baum hier? Das ist ja die Frage. War hier oben auch noch was? Da oben ist auch noch ein Baum. Und dann, ich denke, dann ist die Axt hin. Na, schaffen wir es noch. Yes. Sehr nice. So, alles abgelutscht. Dann gehen wir wieder zurück aufs Schiff. Und Bruce hat derweil unser Floß fröhlich gefressen. Oh, ich muss unbedingt die Netze schützen. Aua. Oh, dem ist doch langweilig, oder? Dem ist doch langweilig, dem jungen Mann. So, erstmal was trinken. Ich muss essen. Okay. Gib mal her. Oh, ich habe keinen Speer. Verdammt. Verdammt, 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 verdammt. Was? Nein, hier. Hau doch ab. Hau doch ab. Hau doch einfach. Ach, Mann. So, warte. Das mache ich jetzt so. Jetzt werden das mal die Netze geschützt. Okay, das kann hier drauf. So, die können da drauf. Mh, 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 da haben wir drei Stück. Wartet. Ne, Quatsch, hier. Okay, so. Ja, Ton fehlt uns jetzt noch. Wo liegen die jetzt? Die sind da. Irgendwo hintackern, wo geschützt ist. So, bitteschön. Ich muss unbedingt einen neuen Speer haben. So. Das auch erledigt. Und mal einen Schrott. Ja, voll. Die will ich gerade mal essen hier. Ja, wir können mal gucken, wo ist denn jetzt? Oh, hier. Guck dir das an hier. Eigentlich. Gibt nicht alles. Ich muss es dicht machen. Sonst hat ja im nächsten bis genau wie hier. Im nächsten bis alles durchgefressen. Ähm, manchmal zu. Und angerlos. So. Jetzt ist die Frage, schwimmen wir jetzt in einen Müllstrom oder nicht? Oh, da komme ich nicht hin, da komme ich nicht hin, da ist auch zu weit weg, auch zum schwimmen, zu weit weg. Boah, da ist alles so weit weg. Haben die den Haken kürzer gemacht oder was? Piu, sehr nice. Ähm, mal kurz gucken. Moment. Oh, 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 ne, 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 das brauche ich alles. Dankeschön. Ja, ich würde das Netz hier hinsetzen wollen. Ach, jetzt ist es verkehrt. Ja gut, egal. So, das da rein. Ähm. Ja. Oh, genau. Warte mal. Oh, genau, jetzt haben wir nämlich nichts mehr zu essen oder was wir auf den Grill schmeißen können. Ach, hör doch auf. Jetzt wollte ich gerade mal den großen Grill einweihen. Ne, ist nicht. Und, und, und warum ist das jetzt so leise? Was ist denn jetzt? Das Meergeräusch ist weg? Hallo? Hä? Ähm, ja. Ich verstehe das jetzt zwar gerade nicht, aber nur gut. Wasser. Die beiden will ich mal einsammeln. Ne, die können, wo sind sie? Und da, in einer fehlt uns noch. Äh, ist das jetzt normal, dass das jetzt, äh, das Geräusch weg ist? Okay. Bevor ich das aber mache, müssen wir noch einen Haken bauen. Ach, da ist es ja wieder. Sehr schön. Ähm, warte mal. So. Genau. Dankeschön. Ja, jetzt dachte ich, wir könnten mal Kartoffeln und Rüben anbauen, aber wir haben alles aufgegessen. Ist alles fad. Jetzt müssen wir erst warten, äh, bis wir wieder was kriegen. Hier ist eine Kartoffeln. Hier ist eine Kartoffeln. Sehr schön. Ähm, wo sind unsere Beete? Wir sind da auch. Und dann können wir jetzt gleich hier, haben wir Stress mit den Möbeln, ne? Nee. So. Wegen, ach, das ist, ach, ist gegossen. Sehr schön. Okay, jetzt noch eine Kartoffel. Wir sehen, ob die auch noch gegossen wird. Jep, sehr schön. So. Leider schmelzen. Essen. Haben wir was zum Essen auf dem Grill? Ja, eine Rübe. Ach so. Ja. Ich wollte gerade sagen. Äh, hallo. Ja, gut. Dann haben wir es jetzt getrunken. Gut. Mal mehr. Dankeschön. Alter, der frisst uns das Floß kaputt. Hau ab! incurosten. So. Ja. Und noch Nägel. Haben wir nicht mehr. Oh ne. War doch wirklich. Dann machen wir uns eine Welt, ja? So. Ich segle mal gerade Stellen. So. Und? Ja, passt nicht mehr ganz. Okay, keine Mühe. Doch, da oben, aber... Scheinen ja relativ friedlich zu sein. So, Eisen. Oh Gott, ja, hier sind ja noch zwei Netze. So, dann bin ich aber hier hinten erst mal... Okay, gut. Das wieder ganz machen. Ja, so. Sehr schön. Nein, die sind noch nicht fertig. Oh, ich muss jetzt unbedingt mal genug Plastik sammeln, damit wir mal wieder eine Kiste kriegen. Da schwimmt uns alles weg, das Plastik hier. Ach, komm schon. Ach, komm schon. Komm schon. Ach, nö. Wenn ich jetzt richtig geworfen, ordentlich, dann hätten wir es auch gehabt. Äh, da war ja auch noch eins. Äh, gut. Leute, ich bin so im Spielfluss, ich habe das gar nicht gemerkt. Die Folge ist schon längst vorbei. Ich danke euch fürs Zuschauen. Äh, wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da, lasst mir ein Kommentar oder vielleicht auch ein Abo. In dem Sinne, tschüss.